Austin, der Chef von Tane, liebt es, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Wir waren bei ihm zu Hause zu einer Sonntagsfeier eingeladen, und unter Alkoholeinfluss zeigte er sein wahres Gesicht. Er ist so homophob, wie man nur sein kann, außerdem misogyn und rassistisch, und er ist der Meinung, dass nur seine religiösen Überzeugungen zählen. Ich habe Austin nie gemocht, und er mochte mich auch nicht. Sein Haus war für die Feiertage geschmückt, sowohl innen als auch außen übertrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Nachbarn von den Schaulustigen, die vorbeifuhren, begeistert waren. Von der Dämmerung bis Mitternacht gab es in jedem Zimmer Weihnachtsbäume, und in jedem Flur hingen Mistelzweige unter mehreren von ihnen. Ich hatte Tane bereits geküsst, und nachdem wir das Footballspiel gesehen hatten, graute es mir vor der Verleihung der vierteljährlichen Auszeichnungen. Tane dachte, sie würde einen bekommen, also drückte ich die Daumen und hoffte, dass der Abend schnell vorübergehen würde, damit wir schnell nach Hause eilen und nackt feiern konnten, um die Masse der Gäste unterzubringen. Im Esszimmer, wo Austin die Elite des Unternehmens versammelt hatte, waren mehrere Kartentische aufgestellt, während alle anderen auf Klappstühlen saßen. Das Abendessen wurde in Buffetform serviert, und nach dem Abendessen verschwanden das Dessert und die Getränke schnell. Austin benahm sich wie immer pingelig. Ich war überrascht, als er auf mich zeigte und sagte, hier ist Ricky, der außerhalb der Familie heiraten musste. Alle im Wohnzimmer schnappten nach Luft, sogar meine Frau Tane. Was sollte dieser Unsinn? Ich kochte innerlich. Als er die Highschool abschloss, war ich bereits 23. Das brachte alle zum Lachen und verletzte unsere Ehe sehr sogar Tane. Ich blieb gelassen und machte mir nicht einmal die Mühe, ihm höflicherweise eine Antwort zu geben, sei sie positiv oder negativ. Wenn er an Familienveranstaltungen teilnahm, dachten alle, er sei noch auf der Suche und Tane müsse seine Bewährungshelferin sein. Das Gelächter erschütterte das Haus. Tane warf mir nicht einen Blick zu, aber ihr Lachen schallte, als sie jedes Wort aufschnappte, das Austin sagte. Als es im Raum wieder ruhig wurde, ergriff ich das Wort. Austin, ich erinnere mich, dass du etwas darüber gesagt hast, dass du auf einer Farm aufgewachsen bist. Wir alle wissen, was das bedeutet. Du hast deine Jungfräulichkeit auf einer Weide mit Schafen verloren. Deine Hose hing dir bis zu den Knöcheln herunter. Tane keuchte. Ja, diese Videos von Menschen, die scharfe zählen, müssen dich dazu bringen, aufstehen und ihn hinterherren zu wollen. Ricky, bitte hör auf. Tane wählte eine andere Taktik. Es war totenstill. Und eine reizende Verlobte, ich wette, ihr lockiges Haar erinnert dich an deine Lieblingsnutztiere. Bringt sie dich dazu, schneller fertig zu werden. Ricky, hör auf. Es klang wie ein verängstigtes Flehen. Verschwinde verdammt nochmal aus meinem Haus, Idiot. Austin stand auf und zeigte auf die Tür. Ich trank meine fast leere Bierflasche aus, winkte ihn ab und ging allein zur Vordertür hinaus. Ich schaute nicht einmal zurück. Mein Handy war bereits ausgeschaltet, bevor ich das Auto erreichte. Es dauerte weniger als eine Stunde, um die wenigen Dinge zu packen, die ich retten wollte. Ich ließ meinen Ehrring und die zerrissene Heiratsurkunde auf dem Küchentisch liegen. Obwohl ich sie nicht behalten wollte, nahm ich alle Fotoalben mit, die ich finden konnte. Sie landeten in einer Mülltonne hinter dem Hotel, in dem ich meine erste Nacht verbracht hatte. Ich war schon früher auf Partys bei Austin gewesen, aber seine alkoholbedingte Demütigung am Sonntagabend war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Obwohl ich keine Beweise hatte, vermutete ich, dass Tane eine Affäre mit diesem Mann hatte. Ihre Weigerung, sich ihm entgegenzustellen, reichte aus, um unsere Ehe zu zerstören. Wenn ihr Job ihr wichtiger war als der Respekt vor mir, dann konnte sie ihn und ihre Karriere haben. Das Leben ist zu kurz, um es mit solchen Menschen zu vergeuden. Mit der Einführung des Internetbanking wurde es möglich, neue Konten zu eröffnen, aber nur auf meinen eigenen Namen. Die Zeit war nicht auf meiner Seite. Ich musste mir meinen Anteil an den Vermögenswerten sichern, bevor Tane erfuhr, dass zwischen uns alles vorbei war. Zum Teufel damit, ich nahm alles. Soll sie doch herausfinden, wie sie alles zurückbekommt. Das ist Krieg. Was macht es schon, wenn sie mich zwingen, sie zurückzugeben? Als ich am Montagmorgen aufwachte, war ich perplex, begriff aber schnell, wo ich war und warum ich dort war. Ich checkte aus dem Motel aus und ging zur normalen Zeit zur Arbeit. Mein Telefon schlummerte noch. Am Ende des Arbeitstages überprüfte einer meiner Kumpels hastig den Parkplatz für mich. Dort wartete anscheinend eine Frau. Sie hatte auf der Straße geparkt und war offensichtlich an den Autos auf unserem Parkplatz interessiert. Da meine Spesenabrechnung bis Freitag fertig sein musste, arbeitete ich bis 20 Uhr daran. Nun konnte ich nicht viel tun, wenn Tane noch da war. Und das war sie. Als ich mich meinem Auto näherte, fing Tane mich ab, bevor ich es erreichen konnte. Was bringt dich so früh hierher? Fragte Tane. Hör auf mit dem Scheiß. Ricky, meine Kreditkarte wurde abgelehnt und mein Girokonto ist leer. Du hast unsere Heiratsurkunde zerstört. Hier, steck deinen Ehering wieder an. Vergiss nicht, den hab ich auch geleert. Behalt den Ring. Verstehst du keinen Spaß? Du bist nur ein armes, dünnhäutiges Kind. Fahr zur Hölle. Oder noch besser. Fahr zurück in das verfluchte Austen. Ich bin fertig mit dir. Oh mit? Weil ich über die Witze meines Chefs gelacht habe. Wenn du das glauben willst, bitte. So ist es. Ich versteh nicht, was hier vor sich geht. Und genau das ist der Grund, warum ich dich verlassen habe. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Es sei denn, du willst mit Mückenspray besprüht werden. Das kannst du nicht machen. Sie konnte es nicht. Aber ich konnte es. Tane ging zu ihrem Auto zurück. Was zum Teufel ist los mit dir? Schrie sie mich an, als ich neben ihr anhielt. Was ist mit mir los? Ich hatte eine Frau, die sich dafür entschieden hat, mich auszulachen. Nicht mit mir. Wenn ich eine Frau hätte, die mich liebt, hätte sie sich erhoben und geschrien. Fahr zur Hölle aus, denn ich gehe. Komm schon, Ricky. Lass uns aus diesem dreckigen Loch verschwinden. Im Gegensatz zu ihrem üblichen beißenden Humor musterte Tane mich ruhig. Ich fuhr ab, nachdem ich ein Hotelzimmer für die Woche gebucht hatte. Ich versuchte es in dem Café, an dem ich jeden Tag vorbeikam, hielt aber nie an. Es stellte sich als mehr als gut heraus. Am Dienstag änderte Tane ihre Strategie. Eine Nachricht wurde unter meine Windschutzscheibe geschoben. Ricky, vergib mir. Ich hätte mich gegen meinen Chef für dich einsetzen sollen. Bitte komm nach Hause. Ich liebe dich, Tane. Das Fehlen eines eingeschalteten Telefons war nicht so stressig, wie ich dachte. Das alle paar Minuten erfolgende Abrufen von SMS und E-Mails wurde durch das Zuhören der Teufel in meinen Gedanken ersetzt. Ohne eingeschaltetes Telefon war es einfach, Tane nicht anzurufen. Natürlich hätte ich nach Hause gehen können, aber das tat ich nicht. Als ich am Mittwoch von der Arbeit nach Hause kam, wartete Mr. Geheimnis voll auf mich. Ricky, ich möchte mich entschuldigen. Ich habe mich einfach dumm verhalten. Ich besprühte ihn mit Mückenspray, als er zu seinem Auto zurückkehrte. Mentale Notiz, mehr Mückenspray besorgen. Du bist ein erbärmlicher Verlierer. Übrigens, ich schlafe mit deiner Frau. Du bist ein Versager. Der Verdacht bestätigte sich. Schade, dass ich das nicht auf einem Kassettenrekorder aufgenommen habe. Seine Frau hätte sich über dieses Geständnis gefreut. Am Donnerstag kam Tane zurück. Sie war besser gekleidet, als es für einen gewöhnlichen Arbeitstag angemessen war. Ricky, bitte komm in diesem Outfit nach Hause. Du siehst aus wie das heutige Unternehmen der ehebrecherische Ricky. Ich habe mich für dich schick gemacht. Das bezweifle ich, teilt aus den dich jetzt mit anderen. Wusstest du, dass er damit geprahlt hat, mit dir zu schlafen? Wenn er das getan hat, hat er gelogen. Ich war dir treu. Das bezweifle ich auch. Ich kenne dich nicht mehr. Ich mag dich nicht mehr. Wenn man alles zusammennimmt, liebe ich dich nicht mehr. Es war ein fünfjähriger Fehler. Sag das nicht, Ricky. Ich war dir treu und liebe dich immer noch. Darf ich dir ein Video zeigen? Wahrscheinlich. Tane kam auf mich zu und spielte mit ihrem Handy. Sie blieb einen Meter vor mir stehen und hopp das Handy. Das Video war nicht von Tane, sondern von jemand anderem und es konzentrierte sich auf sie. Vielen Dank, dass Sie sich einen Moment Zeit für mich nehmen. Am Sonntagabend habe ich etwas Dummes getan. Etwas, das mich meine Ehe kosten könnte. Viele von ihnen waren dabei. Deshalb möchte ich heute sagen, fahr zur Hölle, Austin. Ich verlasse dich. Wie kannst du es wagen, meinen Mann zu beleidigen? In dem Video ging Tane auf Austin zu. Sie wies ihn ab, spuckte ihm ins Gesicht, drehte sich dann um und ging weg. Wie Sie sehen, habe ich mich umgezogen. Ich bin nach dem Mittagessen nach Hause gefahren und habe mich umgezogen. Ich möchte, dass du nach Hause kommst. Er hat gesagt, er hätte mit dir geschlafen. Das ist Unsinn. Vielleicht hat er es sich gewünscht, aber ich glaube an mein Eheversprechen und du musst entscheiden, wem du glaubst. Nun, mein Kollege hat das zufällig aufgenommen, gleich nachdem ich Austin angesprüht habe. Er hat seine Kamera eingeschaltet. Möchten Sie sich das Video ansehen? Das Video zeigte, wie ich mich von Austin entfernte, der an seinem Auto lehnte und sich die Augen wischte. Es zeigt deutlich, wie Austin mir sagt, dass ich eine Schlampe bin. Das ist nicht wahr. Mach den Bastard fertig. Schick das an seine Frau. Ich habe ihre E-Mail-Adresse. Was kann ich tun, um es dir zu beweisen? Frag irgendjemanden nach einem Beweis. Es wird keinen geben. Ich bin bereit, einen Lügendetektortest zu machen. Wann soll das angeblich passiert sein? Hilf mir, Ricky. Ich möchte dich nicht wegen einer falschen Anschuldigung verlieren. Ich weiß, dass ich dir für mein Verhalten am Sonntagabend einiges schulde. Aber ich war dir nie untreu. So sehr ich auch nicht darüber nachdenken wollte, war ich doch neugierig, warum er mich gemütigen wollte. Ist es das, was du tust, wenn du allein bist? Mich verspotten. Tane kämpfte mit den Tränen. Ich war nicht mit ihm zusammen. Ich weiß nicht, warum er dich belästigt hat. Tane erstickte fast an ihren Schluchtzern. Ein Teil von mir wollte sie umarmen. Ich liebte sie genug, um sie zu heiraten. Was, wenn der Mistkerl nur Rache für eine Zeit wollte, in der ich ihn bloßgestellt hatte. Diese Gefühle standen im Gegensatz zu dem, was ich von ihr zu hören erwartete. Ich brauche noch etwas Zeit, Tane. Ich habe eine Woche in meinem Hotel bezahlt. Lass mir etwas Freiraum. Tränen liefen Tane über die Wangen. Bitte komm nach Hause. Ricky, ich liebe dich. Kannst du immer noch sagen, dass du mich liebst? Ich liebe dich, Tane. Ich mag dich nur gerade nicht. Tane sah aus, als würde sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. Ich breitete die Arme aus und sie fiel mir um den Hals. Möchtest du mit mir essen gehen? Sehr gerne. Ricky, an der Ecke, Third und Highway gibt es ein Café. Lass uns dort treffen. Das Abendessen war etwas seltsam. Tane versuchte so zu tun, als wäre nichts passiert. Ich hingegen wurde mit einer Million, was wäre, wenn Fragen überhäuft. Als es Zeit war zu gehen, küßte ich Tane auf die Stirn, was ihre Augen feucht werden ließ. Ricky, bitte suche Trost bei niemand anderem. Du brauchst keine Rache, da ich dir immer treu gewesen bin. Ich liebe dich. Sei vorsichtig auf deinem Weg. Nachdem ich in mein Zimmer zurückgekehrt war, leitete ich das Video weiter, in dem Austin behauptet, Ich sei ein Versprechen an Tane und bat sie, es an Austins Frau zu senden. Es war nicht überraschend, dass Mr. Djerg am Freitag nach der Arbeit auf mich wartete. Austin wusste nicht, dass der Sicherheitsdienst alarmiert worden war und in der Nähe meines Autos parkte. Als ich auf den Parkplatz fuhr, kam Austin auf mich zu und schrie, Du Bastard, ich muss dich umbringen. Zum Glück sprühte Austin nur Pfefferspray auf mich. Während ich mir die Tränen abwischte, trat er mir in die Leistengegend. Zum Glück war der Tritt nicht sehr stark, aber ich fiel trotzdem hin. Er schaffte noch einen weiteren festen Treffer, bevor ihn zwei Sicherheitskräfte festhielten. Die Polizei wurde gerufen und er wurde nicht nur wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Morddrohungen angeklagt. Die Sicherheitskräfte zeichneten alles auf Video auf. Tane schrieb mir mehrere Nachrichten, in denen sie mich anflehte, ihr zu vergeben, aber ich brauchte noch Zeit. Dieses schreckliche Pfefferspray war unglaublich irritierend und am Ende warf ich meine Kleidung in den Müllcontainer auf der Rückseite des Motels. Ich war froh, dass es Freitagabend war, da die einzigen Kleidungsstücke, die ich hatte und die nicht für die Arbeit geeignet waren, schmutzig waren und ich wollte nicht nach Hause gehen und mich mit Tane auseinandersetzen. Am Montagmorgen checkte ich aus dem Motel aus und hatte fest vor, nach Hause zurückzukehren. Nach der Arbeit warteten jedoch ein paar Männer auf mich. Mr. Williams, hätten Sie eine Minute Zeit? Ich konnte nicht verstehen, wer von Ihnen das sagte, also drehte ich mich zu Ihnen um. Wer sind Sie und warum sollte ich mit Ihnen sprechen? Der kleinere und meiner Meinung nach ältere von Ihnen sagte, Mein Name ist Eric Brody. Ich vertrete vorübergehend Austin. Das ist James Sanger. Er ist aus unserer Rechtsabteilung. Letzte Woche hat ihre Frau gekündigt und wir würden uns sehr freuen, wenn sie ihre Entscheidung überdenken würde. Unsere Versuche, sie zu kontaktieren, waren erfolglos. Wir hatten gehofft, sie könnten uns einen Einblick geben, was dazu geführt hat. Ich saß auf der Motorhaube meines Autos und ließ die vergangene Woche kurz Revue passieren. Ich hätte vielleicht die Tatsache, dass ich Austin besprüht hatte, als eine Reaktion in Notwehr darstellen können. Das habe ich der Polizei letzten Freitag gesagt. Er hatte keine Beweise und das Video, das mein Freund aufgenommen hat, war, nachdem Austin bereits am Boden lag. Fluchend versuchte Sanger, wie vor Gericht zu sprechen. Hören Sie, Mr. Williams, Ihre Frau ist nicht ganz unschuldig an all dem, aber unabhängig von ihrem Verhalten bei der Arbeit, möchten wir wirklich, dass sie wieder ins Team zurückkehrt. Sie war die Leiterin eines Teams in einem profitablen Projekt, dessen Abgabefrist schnell näher rückt. Könnten Sie versuchen, sie zur Rückkehr zu überreden. Was meinen Sie mit ihrem Verhalten? Beide Männer sahen sich an, als hätte einer von ihnen einen Furz gelassen. Sanger versuchte, das Gesicht zu wahren. Nun, im Büro ist bekannt, dass sie und Austin übermäßig freundlich miteinander umgingen. Wir haben keine Beweise dafür, dass sie jemals gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen haben, die sich nur auf die gemeinsame Zeit während der Arbeitszeit beziehen. Unsere Untersuchung wurde eingestellt, sobald sie den Arbeitsplatz verlassen haben. Wenn er versuchte zu helfen, war er sicherlich nicht erfolgreich. Hör zu, James, wenn du nicht bereit bist, mir die Ergebnisse deiner Untersuchung mitzuteilen, habe ich keine weiteren Anmerkungen. Brody schien beunruhigt zu sein. So gerne wir das auch tun würden, Ricky, diese Informationen gelten als vertraulich und die Gesetze zur Wahrung der Vertraulichkeit von Mitarbeiterdaten erlauben es uns nicht, sie weiterzugeben. Dann solltest du Tane besser anrufen und sie bitten, sich etwas mehr Mühe zu geben. Guten Tag, meine Herren. Als ich ging, war ich verwirrter denn je. Mein ursprüngliches Gefühl, dass zwischen Austin und Tane etwas vor sich ging, verstärkte sich. Anstatt nach Hause zu fahren, fuhr ich zu einer Sportbar und rief Tane vom Parkplatz aus an. Ricky, wann kommst du nach Hause? Nun, das hängt von dir ab. Ich habe gerade vor ein paar Minuten mit dem Rechtsvertreter deines Unternehmens gesprochen. Er hat angedeutet, dass deine Bürokollegen dich wegen deines unprofessionellen Verhaltens gegenüber Austin im Stich gelassen haben. Möchtest du das kommentieren? Ricky, ich war dir immer treu. Dann lass mich anders fragen. Hättest du all das mit ihm getan, wenn deine Mutter neben dir gestanden hätte? Die Pause sprach für sie. Tane wiederholte, ich war dir immer treu, nur nicht ehrlich. Ich habe dir eine Chance gegeben zu gestehen und du hast es nicht getan. Ich drückte auf die rote Auflegen-Taste. Tane rief schnell zurück. Nicht jetzt. Ich schaltete mein Handy schnell aus und fuhr zurück zum Hotel. Unterwegs hielt ich an, um mir neue Kleidung zu besorgen und fragte mich, ob dies meine neue Existenz werden würde. Einer meiner Einkäufe war ein Festnetztelefon, um nach der Arbeit nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Ich kam um vier Uhr morgens an und fuhr um ein Uhr nachmittags wieder los. Meine Vorgesetzte war damit einverstanden und schlug sogar vor, dass ich ein paar Tage in der Woche von zu Hause aus arbeiten sollte. Diejenigen, die mich kontaktieren mussten, hatten jetzt meine Telefonnummer. Nachts bemitleidete ich mich selbst und lehrte meine Postfächer, E-Mails und Sprachnachrichten. Ja, es schien, als sei Tane verletzt, aber sie war offensichtlich nicht ganz ehrlich zu mir gewesen. Die Zeit, die ich nicht mit Tane verbracht hatte, war schrecklich. Sie klang ernst, als sie erklärte, dass sie mich nicht betrogen hatte, aber irgendetwas brodelte im Verborgenen. Früher oder später würde ich mit ihr reden müssen. Gegen ein Uhr nachmittags, als ich gerade meine Arbeit verließ, wurde ich an die Rezeption gerufen. Sind sie Ricky Williams? fragte eine Frau in Freizeitkleidung. Ja, wie kann ich Ihnen helfen? Ich bin hier, um Ihnen diesen Umschlag zu übergeben. Einen schönen Tag noch. Ich ging damit zu meinem Auto und fragte mich, ob Tane die Scheidung eingereicht hatte. Ich hatte mich geirrt. Darin befanden sich das Ergebnis eines Lügendetektortests und ein unterschriebener Ehevertrag. Ich ging die Ergebnisse des Lügendetektors Zeile für Zeile durch. Ich ging online, um zu überprüfen, ob das Unternehmen echt war. Es stellte sich heraus, dass es echt war. Hatten Sie seit Beginn Ihres Zusammenlebens eine sexuelle Beziehung mit einer anderen Person als Ihrem Ehemann? Nein. Richtig. Hatten Sie im gleichen Zeitraum eine emotionale Affäre? Ja. Richtig. Nur mit einer Person? Äh. Richtig. Ah. Haben Sie Treffen arrangiert, die Ihr Ehemann nicht gutheißen würde? Ja. Richtig. Haben Sie Geschenke angenommen, die Sie hätten ablehnen sollen? Ah. Ja. Richtig. Besteht diese Situation noch? Ah. Nein. Richtig. Bin Sie Ihren Ehemann? Ja. Richtig. Es gab noch viele andere grundlegende Fragen, aber mein Verdacht wurde bestätigt. Was? Jetzt. Ich schaltete mein Handy wieder ein und lud Tane zum Abendessen in ein Café ein. Ihre Antwort war ein schnelles Ja, da es nicht geklappt hatte, sich für mich schick zu machen. Beim letzten Mal erschien Tane in Hosen und einem Kapuzenpulli. Entschuldige die Verspätung. Der Verkehr war heute wirklich schrecklich. Kein Problem. Ich dachte nicht, dass du mich ignorierst. Das stimmt. Hast du mein Paket bekommen? Ja, es ist eine Art Situation mit guten und schlechten Nachrichten und das tut mir leid. Ich war dumm und obwohl du nicht verpflichtet bist, mir auch nur ein Wort zu glauben, hätte es nie dazu kommen dürfen, dass ich mit ihm schlafe. Das ist nicht wichtig. Verheiratet zu sein bedeutet, die Charakterstärke zu haben, jemandem offen zu sagen, dass man verheiratet ist und professionell zu bleiben, sagte sie mit Tränen füllten Augen. Ich weiß, dass ich dich enttäuscht habe. Ich habe mich selbst enttäuscht. Bitte sag mir, dass wir noch eine Chance haben. Arbeitest du noch mit Austin zusammen? Nein. Er wurde versetzt. Die Konzernleitung hat mich mit einer Gehaltserhöhung zurückgelockt. Hast du jetzt jemand anderen im Auge? Ich denke, ich habe es verdient. Ich verspreche, eine Eiskönigin zu sein, was Männer angeht. Von jetzt an, wenn du nur nach Hause kommst, wenn ich herausfinde, dass du mich über deine Indiskretion nicht informiert hast, werde ich mich von dir scheiden lassen. Lies den Ehevertrag. Da steht alles drin. Wenn du etwas findest, ist es für mich vorbei. Ich weiß, dass du nichts finden wirst, weil es nichts zu finden gibt. Kommst du also nach Hause? Ich streckte die Hand aus und ergriff Tanes Hand. Sie begann, sich zurückzuziehen, bevor ich Ja sagte. Wir feierten die zwölf Weihnachtstage mit mehr Energie als je zuvor. Ihre freche Weihnachtshelferinnenkleidung weckte schnell meine Lebensgeister. Der Weihnachtsmann ist noch nie so elegant geritten. Tay nähte unsere Heiratsurkunde wieder zusammen, und sie ruht nun in einem Rahmen, auf ihrer Kommode als Erinnerung daran, wie knapp alles am Auseinanderfallen vorbeigekommen ist. Ihre Mutter half ihr dabei, die meisten der Bilder, die ich weggeworfen hatte, wiederherzustellen. Das Unternehmen zahlte Tayn einen Bonus, um alle Bedenken auszuräumen, die sich aus Austins Verhalten ergeben hätten. Wir befanden uns zwar in seiner Wohnung, aber die Zahlung vierteljährlicher Boni verwischte diese rechtliche Grenze. Sie waren der Meinung, dass es besser sei, dieses Problem zu lösen, als eine Klage zu riskieren. Sie ist immer noch die Teamleiterin. Jedes Mal, wenn Tayn ein Schafffoto entdeckt, drucken wir es aus und schicken es diskret an Austin bei seinem neuen Arbeitgeber. Wir haben von anderen gehört, dass Austin noch ein paar Schaffminiaturen auf seinem Schreibtisch hat.